Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Na klasse. Okay. Das war's für heute. Himmel! Hab neue Ware, Fremder, halt dich schon mal fest. Willkommen! Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ein hervorragender Deal. Angenehme Reise. Willkommen! Besten Dank! Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Hier, wie du es haben wolltest. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Das hab ich nicht immer vorrätig. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha! Aber Verehrter, Mr. Kennedy, wo ist denn Ihre Begleiterin? Sie meinte, Eintreffen mit dir reicht dir. Die Frau, ich war die Vornehmende Zurückhaltung sowieso langsam leid. Lassen Sie uns ein Spiel nach Sarasar, meine Schuhe. Geht... Geld z goldpnecke, hose ist gelandet. Besser hat es gelandet. Phoge ist ein Gehirn. Hier kann ich da hervor hervorilen. Es war der Grund die friedlichen fella das Gefühl. Geht sie mit ihr? Oh, ich hab mich erwartet. 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 Oh, Dios! 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 Hey! Oh, Dios! 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 Oh, Dios!